Ja, die Corona-Krise bringt Themen ans Licht, über die wir vielleicht nochmal nachdenken sollten. Dazu gehört auch, unser Umgang mit der Natur, die erholt sich ja gerade so ein bisschen von uns. Das ist auch ein Effekt von Corona, aber der ist natürlich nicht nachhaltig. Der Klimawandel, der bleibt ja ein ungelöstes Problem. Gleichzeitig muss aber auch die Wirtschaft wieder ans Laufen gebracht werden. Kann man beides gleichzeitig machen? Nächste Woche will Kommissionspräsidentin von der Leyen ihr Corona-Hilfsprogramm für die EU vorstellen. Und die spannende Frage ist, wer wird sich da durchsetzen? Weil die Menschheit erstmal abgetaucht ist, kann die Natur endlich durchatmen. Sie ist der klare Gewinner der Covid-19-Krise. Tiere kehren zurück. Städte werden sichtbar, die sonst von Menschen und Blechmassen geflutet sind. Wenigstens ein bisschen davon sollten wir in unserem normalen Alltag retten, finden über 100 europäische Umweltorganisationen, darunter auch der World Wildlife Fund. Die Leute sind in diesen Tagen rausgegangen, spazieren. Und ich denke, viele haben dabei die Natur neu wertschätzen gelernt. Gerade in dieser Lage, in den Wald gehen zu können, in guter Luft, da verstehen die Menschen, wie existenziell die Natur für uns ist. Quasi über Nacht wird in Brüssel Fahrrädern ein roter Teppich bereitet. Eine ganze Fahrspur wird den Autos weggenommen. Die gesamte Innenstadt ist jetzt erstmal Spielstraße, zahlreiche Nebenstraßen zugetöpfert, ganz gesperrt, Fußgängerzonen. In anderen Städten Europas passiert Ähnliches. Aber diese ersten zarten Pflänzchen gehen auch einher mit Spuren des Verfalls. Brüssels Luxushotel Metropol ist pleite. Viele Restaurants und Cafés werden noch folgen. Wer kein Heim hat, sitzt jetzt erst recht auf der Straße. Und es werden mehr. In ganz Europa geht die Wirtschaft in die Knie und braucht Geld. Um die zwei Billionen, heißt es. Aber nicht einfach so, findet Pascal Confin. Der Franzose mobilisierte das Europäische Parlament, mit großer Mehrheit für einen grünen Neustart zu wählen. Ich habe mit Unternehmen, mit Ministern, Denkfabriken, Gewerkschaften, Verbänden eine Allianz geschmiedet für einen grünen Neustart. Um die Kräfte zu bündeln. Ich möchte absolut nicht den Fehler von der Finanzkrise 2009 wiederholen, wo die Wirtschaft geputscht wurde, ohne Klimaziele. Die Kunststoffindustrie sieht das übrigens ganz anders. Weil sich die ganze Welt in Plastik verbarrikadiert, findet sie, könne man jetzt doch auch alle EU-Gesetze zur Eindämmung von Plastikmüll direkt wieder in die Tonne treten. Und die Autoindustrie? Sie durfte vielerorts ihre systemrelevanten Autohäuser noch vor Restaurants und Friseuren öffnen. Und nun träumt sie wieder von der Abwrackprämie. Die neueste Generation der Diesel, die neuesten Generation der Benziner. Ja genau, Benziner und Diesel, sagen Sie. Diese Autos wollen Sie auch wieder fördern. Damit es da kein Irrtum gibt, Prämien dienen der beschleunigten Einführung von Elektroautos und kleineren Motoren. Aber angenehm ist es nicht, gerade in Covid-19-Zeiten auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen zu sein. Das Bedürfnis der Menschen, sich in Autos zu isolieren, durchaus verständlich. Doch es sollte nicht mehr so eskalieren wie bisher. Schade nicht. Das ist unser Leitprinzip. Schade nicht. Also es gibt eine ganze Reihe von Aktivitäten, die wir nicht unterstützen sollten. Keine Infrastruktur für fossile Brennstoffe. Oder neue Straßen bauen. Oder Flughäfen zum Beispiel. Für Spachten, die sich zum grünen Umbau verpflichten, wird es Unterstützung geben. Also für alle Unternehmen und Industrien, die ihren CO2-Ausstoß vermindern und dafür klare Pläne vorlegen. Dumm nur, dass vieles, was Spaß macht, dem Klima und der Natur schadet. Etwa Massentourismus. Über zu viele Menschen haben sich die Einwohner von Hotspots schon lange beschwert. Und jetzt gespenstische Leere. Leider auch in den Kassen. Ein extrem betroffener Sektor, die Luftfahrt. Sie ist europaweit fast gänzlich zum Erliegen gekommen. In Brüssel ist jetzt schon klar, dass viele Maschinen mit Sicherheit am Boden bleiben und tausende Mitarbeiter entlassen werden. Die Luftfahrt soll Geld bekommen, aber auch grüner werden. Wenn ich jetzt mal den französischen Vorschlag nehme, innereuropäische Flüge unter zweieinhalb Stunden abschaffen. Insbesondere dann, wenn es alternativ einen Zug gibt. Stellen Sie sich nur mal vor, alles unter drei Stunden würde allmählich wegfallen. Das ist eine Menge. Wenn wir das machen würden, wäre schon viel erreicht. Ohne die Reisefreiheit zu beschränken. Wir haben ja eine Alternative. Dafür müssten mehr Zugstrecken ausgebaut werden. Und das wiederum kann Arbeitsplätze schaffen. Arbeitsplätze müssen ganz dringend her. Denn immer mehr Menschen in Europa verlieren ihr Einkommen und sind auf Tafeln angewiesen. In Polen eskalierten jetzt die Proteste. Die Angst wegen Covid-19, die gesamte Existenz zu verlieren, geht oft einher mit Nationalismus. Den kann Europa gerade gar nicht gebrauchen. Gerecht ist, Solidarität zu zeigen mit den Ländern, den Regionen, den Unternehmen, den Lohnempfängern, die es am meisten nötig haben. Und unbedingt vermeiden, dass Geld dahin fließt, wo es nicht nötig ist, in Länder, die eben nicht so sehr betroffen sind. Europas Wirtschaft reparieren und auch noch grün werden. Brüssel selbst geht schon mal voran. Mit riesen Fußgängerzone und alter Börse unter Palmen.